Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Intro-Video für das Challenge Nr. 1 Ergebnis-Video. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze nennen soll. Intro-Video hört sich auch bescheuert an, muss ich gestehen. Um was geht's? Ich möchte euch heute die Bilder zeigen, die mir zur ersten Challenge eingereicht worden sind. Und da ich gerade Zeit habe, ich bin nämlich auf dem Weg nach Frankfurt, bin ein bisschen zu früh losgefahren, habe ich mir gedacht, machst du einen kleinen Stopp, aber leider ist ja ziemlich laut. Hier kommt nämlich alle eineinhalb Minuten ein Flieger vom Frankfurter Flughafen gerade vorbei. Ja, also wie gesagt, es gibt jetzt heute die Bilder. Ich habe mir überlegt, ich werde bei jedem Fotografen maximal zwei Minuten Zeit mir nehmen, etwas zu den Bildern zu sagen. Ich weiß, dass gerade bei dieser Challenge, ich glaube, da gab es ziemliche Ungereimtheiten, wie das Ganze sein soll. Aber Hand aufs Herz, das ist ja alles auch nur ein Spaß. Und ich wollte euch mal eine Aufgabe geben, dass ihr mal was macht, was ihr vielleicht noch nie gemacht habt. Von daher, lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, denn ich habe nur die Bilder kurz überflogen, damit ich gar nicht jetzt hier euch groß was erzähle, sondern ich mache das dann wirklich live und aus dem Bauch raus. Keine Angst für die Leute, die jetzt bei Challenge 2 und 3 vorhaben, mitzumachen. Ich werde hier niemanden in die Pfanne hauen. Ich werde versuchen, ein paar Tipps zu geben. Und ja, jetzt gehe ich an den Rechner, beziehungsweise heute Abend gehe ich an den Rechner. Jetzt fahre ich weiter nach Frankfurt. In diesem Sinne, bis gleich oder bis später. Alexander Becker hat ein Bild geschickt, aufgenommen mit einer Vollformat-Kamera 6D, für die Leute, die sich nicht so auskennen, und einem Canon EF 75-300, 4 bis 5,6 Blende. Und er sagt, dass dieses Objektiv wie eine Kreissäge wäre. Es ist kein USM, also nicht diese weißen Objektive, kein L-Objektiv, sondern die Standard-Objektive. Und ja, er ist ziemlich unzufrieden mit der Linse und hat halt gesagt, okay, passt ja zu dieser Challenge, die mag ich nicht. Die will ich eigentlich gar nicht benutzen. Wahrscheinlich willst du sie auch verkaufen. Und hat halt dieses Bild gemacht, was ihr jetzt seht. Ja, also, ich bin mal ehrlich. Also, ich weiß nicht genau, wo ich hinsehen soll. Was wolltest du wirklich scharf haben? Klar, es gibt ja Punkte, die scharf sind, aber mein Auge tendiert eigentlich genau in die Mitte, zu dem Blütenstand, der unscharf ist, weil da einfach mehr Blüten dran sind. Generell hätte ich dir geraten, mit mehr Tele zu arbeiten. Ich hätte auch den Bildschnitt anders gewählt. Ich hätte zum Beispiel die Kamera, nachdem sie fokussiert hat, noch ein bisschen mehr nach links bewegt. Ich weiß nicht, was da links war. Das musst jetzt du entscheiden, ob das überhaupt möglich gewesen wäre. Jedenfalls, durch diese kurze Brennweite, ich glaube 100 mm, habe ich in den Exif-Daten gesehen, ist der Hintergrund noch sehr präsent. Und dadurch, dass er sehr kontraststark ist, auch durch die Beleuchtung, hätte man eigentlich in der Bildbearbeitung da hinten noch mehr machen müssen. Das ist übrigens generell ein Fehler. Viele Leute sagen, ihr Objektiv hat kein gutes Bokeh. Meistens würde ich sagen, ihr habt den falschen Hintergrund gewählt. Und da muss man eben mehr Hand anlegen, als wenn man zum Beispiel hinten dran eine dunkle Stelle nimmt. Also es wäre vielleicht möglich gewesen, sich um diesen Blütenstand nach rechts oder links noch rum zu bewegen und vielleicht einen Hintergrund zu finden, der viel dunkler ist als die Blüten selber, wäre eine Möglichkeit. Wie gesagt, Ausschnitt, da passt einiges nicht. Ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Ganz ehrliche Meinung. Bildbearbeitung ist soweit okay. Also da kann man jetzt nichts sagen. Da ist nichts zu hell, nichts zu dunkel. Das hast du richtig gemacht. Aber die Feinheiten, da würde ich noch ein bisschen arbeiten. Und vielleicht nimmst du dir nochmal die Zeit mit dem Objektiv, weil ich habe sowas ähnliches von Sigma gehabt und ich habe damit Aufnahmen auf Madeira gemacht, fast alle Aufnahmen. Und ich muss sagen, auch wenn das Objektiv langsam war, die Aufnahmen, die waren super gut und brauchbar. Von daher würde ich es noch nicht wegwerfen. Natürlich ist eine L-Linse, also die teuren Objektive von Canon, nochmal eine Klasse besser. Deswegen kosten sie ja auch mehr. Das nächste Bild ist von Horst Fürntratt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Horst, ansonsten entschuldige. Aufgenommen mit einer Sony 7R Mark II und einem alten mechanischen Nikon Objektiv. Ein Nikkor 15 mm. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe und sage, es ist ein richtiges Weitwinkelobjektiv. Mit Sicherheit keine billige Linse, auch gebraucht heutzutage nicht billig. Und wenn man die Qualität von diesem Bild anguckt und den Linien, dann muss ich sagen, wow, Hut ab. Das würde auch ganz gut in meine Sammlung passen. Muss mich da mal umsehen. Vielleicht sagst du mir mal, auf was man achten muss. Das würde mich sehr freuen. Jedenfalls, was gibt es zum Motiv bzw. zum Objektiv und der Aufnahme noch zu sagen? Eine Sache, die ihr jetzt nicht seht. Sie ist mit einem 320 aufgenommen. Mit ISO 800. Nun, die ISO-Werte, das ist bei der Sony nicht so kritisch. ISO 800, das macht man locker weg. Auch hier Rauschreduzierung, da sieht man nichts mehr. Vielleicht hätte man es ein bisschen schärfen können. Vielleicht in Schwarz-Weiß, das ist dir überlassen. Aber die 320, die stört mich so ein bisschen. Weil du hast einen 15 mm Weitwinkel. Es sieht hell aus. Du hast ja auch eine hohe ISO. Ich weiß jetzt nicht die Blende. Also du hättest hier locker nur ein 125 einstellen müssen. Und dann die ISO runterdrehen. Ich weiß nicht, wie du arbeitest. Ich habe eigentlich immer Auto-ISO an, damit praktisch eher der ISO-Wert variiert. Und die Belichtungszeit, da suche ich mir eben passend das Richtige raus. Und die Blende und wie gesagt, ISO ist bei mir eigentlich der entwickelnde Belichtungsfaktor. Nur mal so eine Idee. Probier es mal. Auf jeden Fall für so einen Weitwinkel ist eine 320 bei einem Motiv, was sich nicht bewegt, eigentlich viel zu hoch gewählt. Da kann man weniger nehmen und verwackelt die Aufnahme trotzdem nicht. Die nächsten drei Bilder sind von Jörn Walter. Aufgenommen mit einer Nikon 5100. Das müsste eine Crop-Kamera sein, wenn ich richtig bin. Und einem Tamron SP-Makro-Objektiv 90 mm. Das ist wohl ein altes Objektiv, was er mit einem Adapter an seiner Nikon betreibt. Und wenn ich das richtig sehe, dann überträgt die Nikon standardmäßig, wenn nichts irgendwie zu sehen ist, 50 mm in die Exif-Daten. Aber in der Beschreibung stand 90. Also kommen wir zum ersten Bild. Nun, was soll ich da sagen? Also ich bin mir nicht sicher, was du fotografieren wolltest, was du da zeigen wolltest. Diese schräge Linie da im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das Wasser ist, ich vermute mal. Du hast also definitiv die Kamera irgendwie schief gehalten. Ist okay, kann man auch mal machen. Wenn das so schief ist, ist das machbar. Allerdings fehlt mir so ein bisschen der Fokus auf das, was du uns zeigen möchtest, was du mir zeigen möchtest. Wenn das Absicht war, also ich persönlich würde das eher löschen. Zweite Bild. Auch hier, klar, es geht um das Häuschen. Es ist aber jetzt nicht so typisch interessant. Ich weiß nicht, was du eben mit zeigen möchtest. Hier fällt mir nur auf, dass es eben ein bisschen kippt, würde ich sagen, nach links. Oder die Hütte ist schief. Ich bin mir nicht so sicher, das müsste man selber ausprobieren. Mir fehlt halt so ein bisschen das Motiv. Entwicklung und so weiter ist ganz okay. Mehr arbeiten mit einer Linse und schon hat man mehr Spaß. Und das sieht man jetzt beim dritten Bild. Und das hat wiederum was, weil da ist so eine gewisse Symmetrie. Der Hintergrund oben, das Bokeh. Okay, ja, müsste man sich überlegen, ob man vielleicht mal bei einer anderen Tageszeit so was macht oder wenn es richtig trübe ist. Und dann eben auch, und das wäre eben der Vorteil von einem richtigen Bildprogramm, den oberen Teil deutlich abdunkeln, damit wirklich die Kante auffälliger ist wie das unscharfe Brett oben und der Hintergrund. So, die nächsten beiden Bilder, etwas außer der Reihe, sind von Lars Limbrecht. Und was ihr seht, ist eine Doppelbelichtung. Aufgenommen wohl mit einem 16-35. Ich vermute mal, es ist jetzt ein L-Objektiv, eine Canon-Kamera. Aber wie du das gemacht hast, das weiß ich nicht so genau. Und das ist auch nicht so mein Metier. Ich habe aber jetzt schon drei oder vier Versuche gehabt, das hier aufzunehmen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, wenn du dich da noch mehr reinhängst, wenn du noch mehr versuchst, noch mehr ausprobierst in dieser Richtung mit Doppelbelichtungen oder auch vielleicht dann spiegeln nochmal im Computer, dass du da wirklich eine ganz tolle Bildsprache entwickeln kannst. Je länger ich das Bild nämlich angucke, umso mehr kommen mir persönlich Ideen, die ich jetzt hier alle sagen könnte. Aber ich denke, das musst du selber rausfinden, weil es ist dein Stil. Und warum und wieso du das ausprobiert hast, kann ich auch nicht sagen. Häng dich da dran. Und ich glaube, es wird Leute geben, die sich sowas, ich sage mal, ins Wartezimmer von ihrer Arztpraxis hängen und dafür Geld ausgeben, weil es einfach ein Hingucker ist. Und das muss man erst mal auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, da musst du noch viel mehr Arbeit reinstecken im Üben, um rauszukriegen, auf was du achten musst, damit das Bild top wird. Oder eben Flop bleibt. Ich finde, das ist ein cooler Ansatz. Hau rein, ich bin sehr gespannt. Meld dich bei mir, wenn du wieder Bilder hast, die man sich irgendwo angucken kann. Wird mich echt freuen, Lars. Ja, kommen wir zu den nächsten beiden Bildern. Und zwar von Michael Schneider, aufgenommen mit einer Sony 7R Mark II und einem 16mm Fischauge. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was Sony da für ein Fischauge hat oder ob das ein Minolta-Objektiv ist mit Adapter. Ich möchte nur Folgendes dazu sagen. Also, Weitwinkel oder Fischauge bei Objekten einzusetzen, da muss man sehr viel spielen. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn du deine Hunde gut erziehst, sodass sie vor der Kamera sitzen bleiben, in das Objektiv gucken, weil sie dann ein Leckerli kriegen, wenn sie es richtig machen, dann versuche mal etwas mehr Symmetrie reinzubekommen und gehe viel, viel näher ran, dass die Nasenspitze scharf ist, dass die Augen mit drauf sind. Und es gibt da eine Fotografin, die macht fantastische Hundeaufnahmen zum Wegschmeißen. Und ich werde versuchen, den Link in die Videobeschreibung zu machen. Ich muss sie nur suchen bei 500 Pics. Elke heißt es, es ist, glaube ich, eine deutsche, jedenfalls Hammeraufnahmen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du deine Hunde gut erziehst, dass sie da mitmachen, dann kannst du das auch. Was wichtig ist, in dem Fall, ich würde den Hintergrund wirklich komplett eliminieren, indem du eine weiße Wand suchst oder eine graue Wand, irgendwas ganz Neutrales, dass wirklich nur der Blick auf die Hunde ist und dass der Fischauge-Effekt gar nicht erst so wirklich zu Tage tritt. Und dann musst du wohl noch ein bisschen beschneiden, aber bei 42 Megapixeln ist das überhaupt kein Problem. In diesem Sinne, Michael, weiter so und versuch's mal. Schau mal nach dem Link, ansonsten schreibst du mir privat. Ich werde ihn schon irgendwie finden. Der Reinhard Kugnert hat drei Bilder geschickt aufgenommen mit Sony Alpha 6000, also der einfachen Sony. Es geht nur noch etwas kleiner mit der Alpha 5000. Beroflex 500. Ich vermute mal, es ist ein Linsenobjektiv und kein Spiegelobjektiv. Ich zeige euch einfach die Bilder und ich finde sie alle drei irgendwie der Knaller. Die erste Aufnahme ist in schwarz-weiß. Passt, finde ich, super. Wahrscheinlich hatte es Gründe, dass du sie in schwarz-weiß machst. Man könnte vielleicht noch ein bisschen an den Kontrasten ein bisschen spielen, aber das ist dein Bild und egal wie, ich finde es toll mit dem Mond und den Windrädern. Hat was. Hat wirklich was. Tolle Aufnahme und eben auch ein Objektiv, was man nicht oft benutzt, beziehungsweise auch nicht ständig mit sich rumträgt. Da muss man schon ein bisschen Vorplanung machen und von daher passt das, glaube ich, wunderbar in diese Challenge. Die nächste Aufnahme, ich finde, der absolute Knaller. Leute, das ist der Hammer. Also vielleicht würden sich der ein oder andere an dem Orange stören. Ich weiß es nicht, was du da genau gemacht hast, wie die Bildbearbeitung war. Das wird ja nicht der Original-Himmel sein. Ich finde, sie passt. Vielleicht könnte man daraus das noch ein bisschen abschwächen. Das ist aber Geschmackssache. Wenn du jemanden hast, der sagt, das Bild ist cool, aber vielleicht ein bisschen eine andere Farbgebung, mach es und seh zu, dass du es verkaufst. 500 Millimeter, was ja 750 Millimeter, wenn ich jetzt richtig rechne, sind. Das ist der Hammer, ja. Und das dritte Bild genauso, trotz dem hohen ISO-Rauschen. Das könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen verstärken durch ein Rauschen, was eben erzeugt wird. Das ist vielleicht noch ein bisschen symmetrischer in der Bildbearbeitung. Hammerbild. Also ich kann wirklich nur sagen, weiter so. Wenn du immer solche tollen Aufnahmen machst, Respekt. Da hast du echt ein Auge für. Bei uns gibt es leider so eine Industrie nicht, jedenfalls nicht sowas. Und 500 Millimeter, echter Knaller an der Sony 6000. Das sind ja, wie gesagt, 750 Millimeter. Viel Spaß weiterhin mit diesem Objektiv. Ja, die nächsten drei Bilder sind von Reinhold Winkler. Auch wir beide schreiben uns ja schon ziemlich lange mit dem Handy aufgenommen. LG G6. Und ich muss sagen, ordentliche Qualität, was da rauskommt. Gut, das ist natürlich jetzt auch nicht so monster groß. Ich weiß nicht, wie viel Pixel deine Kamera da drin hat. Auf jeden Fall eine gute Bildbearbeitung. Hier ist der Himmel mir vielleicht einen Tick zu arg bearbeitet. Aber das ist Geschmackssache. Es passt zum Bild. Es ist jetzt auch nicht so dominant. Es gibt da viel, viel Schlimmeres, was man draußen sieht. Wo ich dann für mich mittlerweile sage, nein, da ist zu viel gespielt worden. Hier die zweite Aufnahme. Deutlich besser. Also so gefällt mir ein Himmel gut. Klar, da sieht man, dass da ein Verlaufsfilter drin ist. Und das passt aber die Flucht da nach hinten. Über den Schnitt kann man sich immer streiten. Aber so viel Spielraum hattest du vielleicht auch nicht bei deiner Aufnahme. Was du übrigens dabei hattest, das hat er mir geschrieben, der Reinhold. Er hat wahrscheinlich bei diesen beiden Bildern eben eine Leiter gehabt, um höher zu kommen, damit die Perspektive ein bisschen besser ist. Das ist natürlich ein Trick. Und die dritte Aufnahme. Ja, also persönliche Meinung. Hier würde ich ein bisschen dieses High Contrast, diese Klarheit. Ich weiß nicht genau, was du da gemacht hast. Ich würde das ein bisschen zurückdrehen. Und das nächste Mal vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, wenn es möglich ist. Ich finde es ein bisschen arg eng, weil oben eben die Hörner angeschnitten sind. Und ja, es könnte ein bisschen mehr Luft sein. Ich kenne natürlich das Motiv nicht und du hast auf 16 zu 9 geschnitten. Von daher könnte es auch an meiner Vorgabe liegen. Ich sage jetzt nur mal, man hätte da ein bisschen was ändern können. Und wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu kontrastreich. Rüdiger Schiffhauer ist der letzte in diesem heutigen Video. Drei Aufnahmen mit der Sony 7 Mark II gemacht. 135 mm die beiden ersten. Das 50 mm Makro am Ende. Ja, bei dem Frosch. Ja, wie gesagt, ich habe immer ein Problem, wenn ich nicht die Ursprungsaufnahme sehe, wo ich jetzt sage, hey, da hättest du vielleicht noch dies oder jenes machen können. Das links, das Helle, das stört mich ein bisschen. Ich würde vielleicht mit einem Verlaufsfilter da die Helligkeit noch ein bisschen reduzieren. Aber vorsichtig, nicht, dass es komisch aussieht. Und vielleicht auch mit einem Spot ein bisschen mehr den Frosch für das Auge ins Licht führen. Bei der Spinne passt eigentlich alles. Ich mag solche Aufnahmen. Wenn du vielleicht etwas früher aufstehst, hast du das Glück noch Tau zu haben. Versuch es mal im Herbst, da ist Tau noch viel schneller oder noch länger auch an so Spinnennetzen zu finden. Ich finde es sehr, sehr gut geworden. Und auch der Hintergrund ist sehr passend für so ein Motiv. Da darf nichts sein, was ablenkt. Das hast du echt super getroffen. Bei deiner Makroaufnahme war ich mir nicht so ganz klar, was du mit Converter mal 2 meinst. Weil von der Vergrößerung her sieht das eigentlich nicht nach 1 zu 1, nicht mal nach 1 zu 2 aus, sondern eher schwächer. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Die Aufnahme ist auf jeden Fall gelungen. Der Hintergrund, da lässt sich immer drüber streiten, aber er ist nicht so störend, wie ich sie schon bei anderen Aufnahmen gesehen habe. Und immerhin, das muss man auch sagen, es ist ein 50 mm und da wird es mit dem Hintergrund schon immer ein bisschen schwieriger. Die Aufgabe hast du auf jeden Fall super gelöst, wobei jetzt keins der Objektive irgendwie falsch benutzt wurde oder eben in der Challenge gesehen wirklich das war, was ich damit gemeint habe. Aber tolle Aufnahmen, weiter so. Und ja, ich habe ein bisschen was zu sagen gehabt. Da denke ich aber, bist du mir nicht böse. So, ich habe jetzt 3 Stunden lang dieses Video geschnitten und jetzt habe ich gemerkt, ich brauche noch einen Abspann. Also habe ich mich hier schnell hingesetzt. Das ist nicht ganz so ideal, gerade hier vom Licht. Danke. Danke allen, die mitgemacht haben. Das ist Punkt 1. Danke allen, die wirklich bis zum Ende euch das angesehen habt, weil das wäre nur gerecht für alle Fotografen, die hier was geschickt haben. Es waren nur 8 Stück. Aber ich hoffe, es wird mehr. Und ja, wie hat es euch gefallen? Das würde mich vor allen Dingen interessieren. Die Leute, die was geschickt haben, bitte schreibt was dazu auch in die Kommentare. Vielleicht müsst ihr noch was ergänzen. Dürft ihr gerne. Schreibt aber dann bitte auch noch dazu, wer ihr seid. Und die Leute, die irgendwas zu kritisieren haben, hindert euch nicht dran. Sagt etwas, vielleicht mache ich das nämlich dann mal öfters, so eine Video-Bild-Besprechung. Vielleicht dann mit weniger Aufnahmen oder mit ganz bestimmten Aufnahmen. Weiß ich noch nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne etwas von euch hören. Jetzt lade ich erst mal das Video hoch und dann bin ich sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert. Bis zum nächsten Video. Ich danke euch und tschüss. Euer Sven.